die die unterschieden dafür haben wir bestimmt schon ich habe gerade einen von diesen komischen stecken von den fischern umgebomst mit meinem raum voll draufgefallen leute wir brauchen nur noch 76 bäume ist das eine ansage oder was mit mit dem im 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 in unser haus das ist Marius du kannst die das Haus Symbol nicht wirklich erkennen oder Ne, manchmal nicht. Wenn er mal der Himmel hat, die gleiche Farbe. Ja, ja. Ach, halt. Wie schön das Blätterrauschen ist, wenn der Wind aufkommt. Das wird es hier bald nicht mehr geben. Nehm euch alle Bäume weg. So, Palisade ist fertig. Ach ne, hier drüben geht es noch weiter. Fuck, habe ich nicht gesehen. Ja, es werden es bedeuten, weniger Baumstimme, die wir noch bräuchten. Es sind nur noch 63. Da ist auch das Baumhaus mit dabei, er ist ein Schild. Mein Gott, das Wichtigste von allem. Ja. Ach so, wisst ihr, was wir mal machen könnten? Das Feuerzeug wegstecken beim Hacken? Ne, das mache ich sowieso schon. Ne, wir könnten mal mit Molotow-Cocktails auf deren Häuser werfen. Einfach rumstressen und daraufhin, dass sie abrennen. Ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass es ausbringt. Warum kommt ihr nicht zu mir? Ich habe schon sechs Bäume oder so gefällt. Ja, ich habe keinen Hacken gehört. Ich bin hier drüben, wo wir vorhin waren. Hier, hallo. Ja, ich komme ja. Wie ein kleines Kind. So weit hinten kannst du das Hacken auch gar nicht hören. Also wirklich. Also ich höre nur Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Meine Baum-Sorgen sind vorbei. Takt ist der Wagen voll. Alter, das ist grad geschwebt. Wenn der Wagen voll ist, seh ich die Holzstümpfe nicht, ich fahr die ganze Zeit drüber. Das ist so, jetzt hab ich nen anderen Wagen umgenietet. Da steht noch ein Wagen? Ach, da steht noch ein Wagen. Ha. Ich kann das Tor hier irgendwie nicht zumachen. Es ist schon fertig gebaut? Ja klar, sonst wär's nie offen. Buggy Door, das wär ein Traum. Ach so, hast du das jetzt zugekriegt oder können wir abbauen? Ich hab nix gemacht, ne. Nur wohl fertig gebaut. Baum, 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 Baum. Bau auf, Bau auf. Fehlt genau einer, ne? Ne. Ne, hab ich noch genommen. Für den anderen Wagen schonmal da gelassen. Warum bin ich eigentlich nicht Holzfäller geworden? Weil die Flanellenhemden nicht stehen. Das ist der Grund. Seid ihr sicher? Ja. Ne, ich bin mir nicht sicher, ob die Flanellenhemden nicht stehen. Daniel, platzt aus allen Händen raus. Hast du nie aufgepasst? Daniel, ich hab nen Schneider gefunden, der darauf achtet. Und der es zuschneidet. Was schneidet denn Daniel dann die Arme auf? Den Rücken. Den Storch. Die Arme. Sie haben da was falsch verstanden. Ne, ich hab mal 160 Euro dafür. Oh ja, nice. Sie haben da was falsch verstanden. Wir passen nicht die Hemden an sie an. Wir passen sie an die Hemden an. Was? Hier sind, oh bei mir sind vier Viecher. Ihr? Ich komme. Ja, vier. Kommt her. Ich bin bis an die Zähne bewaffnet. Haha. Ja. Ja. Easy peasy. Ich hab schon mal zwei auf einmal umgelegt. Was? Kommt sie. Hör mal zwei. Hör mal zwei. Der hat auch nen Skrider. Ja. Jetzt gibt's deutsche, obwohl ich von hinten kam. ist gerade ein kaninchen in dem wagen festgebackt kann man eigentlich auch leichen mit dem wagen transportieren komm jose wir nehmen die leichen die wagen kann ich zwei kann zwar zwei baum stimmten nehmen aber nicht zwei wagen zwei leichen zwei wagen auch nicht das stimmt ja wir fehlen halt so viel holz das jetzt schon tagsüber kommen das halte ich für ein gerücht die tür ist ja hier geil kommt genau an den zaun ich komme nicht über den zaun hier liegt noch fleisch auf dem grill ja hört aber auch das auf den grill zu legen du solltest vielleicht einen zweiten trockener bauen das ist viel effektiver naja das kleine kannst du nicht anhängen oder schön schwarz ist es wir hatten hier das tor zugemacht da ist es offen ein bisschen dahinter ist der zaun ich komme nicht rein ja willkommen in meinem leben was mir auch gerade passiert machen wir erstmal schön feuerchen hier ich hab noch gar keinen vollen wagen fällt mir gerade mal so auf mach meinen muss gerade erst voll ich bin jetzt für die leichen zuständig die abtransportiert werden oder was ich bin jetzt für die leiche haut bräunen wo sind denn die die lagen hier oben ne wie redest du denn mit mir ich hab schon immer weib genannt daniel geht ein baum direkt vorm tor alter ich werd gekloppt geht das tor dann noch auf jaja aber ich treff den baum nicht sondern nur das tor hier liegen noch stämme kriegst du direkt transportiert äh ja hier liegt auch noch einer ich musste gerade ihn fallen lassen cool war auch dass du gerade einen stamm auf deiner schulter einfach balanciert hast ohne die hände dazu zu nehmen ja wo ist denn da hier immer mir hinterher hier sie ist total ja das schlimme ist ich sehe die blaue fahne mit der wir was anderes markiert haben viel eher ja was soll ich sagen ist der palisadenzaun schon fertig ja doch dann passt du du musst bloß hin und her wappeln und schieben und sprinten und das geht schon hier josi zu mir wohin erst mal das baumhaus fertig bauen oder die außenplattform äh machen wir euch erst mal das baumhaus ok josi dann hier rüber hier 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 soll ich über den zaun drüber springen ja mit dem mit der küste einfach durchfahren geht das nicht ne ich komm hier nicht durch siehst du das ok also ich bin bis zum dinges durchgekommen durch den außen du bist ja auch viel besser als ich das hast du gesagt das hab ich nicht gemeint guck mal josi ich komm auch durch ach kein wir haben eindeutig zu wenig baumstämme ich hab schon wieder da ja du musst das ding jetzt wieder rausfahren ne das kann ich nämlich nie hehehe 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 das klang so hehehe das klang total ironisch gerade war ja auch ironisch hehehe 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 doch kein wunder daniel und ich sind könige der idioten ja richtig hier liegt ein baumstumpf dann noch einer erstmal das so da rein pfeifen da steigt auch die energie gleich wieder ja das ist ok hungerdorst 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 willkommen in meinem leben hier rum rum darf ich euch mal bitten dass ihr die wagen gleich mal dreht wenn ihr ankommt das ist total nervig sonst äh nie mich ich höre noch mi 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 ja dann mach dein mikrofon aus hehehe mikrofon? hörst du übers mikrofon? du kannst einstellen dass du dich selber hörst und daniel hört das offenbar an hehehehehe hehehe hehehe machen wir jetzt erstmal pfeile oh ich hab nur vier ich kann platzen ich hab auch die ganze zeit nur vier federn aber ich bin noch zu faule da sind vögel zu jagen bei uns also an der falle da da war ein vogel landeplatz da sind die ständig gelandet deswegen hab ich ein paar mehr bei den fleisch trockner sind die auch ganz rege ja das problem ist dann trifft man immer den scheiß fleisch trockner und irgendwann ja du musst ja die einfach mal nicht doof anstellen also komm da gleich rüber junge ganz genau da ja komm mal rüber hilf noch hier im holz geil ja die wagen sind gleich voll die wagen sind voll die man auch überall hängen bleibt ne völlig unrealistisch das würde einem ja nie passieren das würde einem ja nie passieren das ist ein old pot ist damit ein richtiger pot gemeint ja ich dachte gerade jose fällt den baum wo das baumhaus drauf gebaut wird ne da passiert nur einem von uns ja ich fäll ihn nicht ich brenne ihn ab das ist ein unterschied äh baumhaus ist fertig außenplattform ist auch fertig echt? ja wofür lobe ich uns hier grad eigentlich können wir dann den baum noch einsammeln den ich hier grad gefällt hab ja da liegt noch einiges rum ich komm mal mit hin ich glaube ich hab den ich hab glaube ich einen bug ich hab doch gesagt der zieht der zieht nach links oder? hab ich doch gesagt er hält auch das er hält bei mir auch das kräft dingens nach links dann starte doch einfach mal neu da rein warte ich probier mal kurz was hey they tried to turn it off noch nix hat's geholfen? hast du ihn gehauen? ja nein hat's nicht hat's nicht ach so hier ist gar kein Wagen mehr ne? ne ich hab die jetzt einfach per Hand reingetragen ganz oldschool oooh bringt mal nen Wagen mit nach eins zwei drei vier fünf sechs sieben Dinger oooh und drei Viecher aufm Weg zu dir Marius oh yeah wie kann man hier die Tree Bridge bauen? I'm coming me bro! oh er ist schon da er ist schon da er ist... oooh er ist schnell aber ich bin schneller dirb er ist tot wer auch immer die Plattform platziert hat hat die so platziert das äh dass wir kein Ding rein spannen können richtig ja oh Josi wir können doch noch mehr bauen das braucht es nur nur eine ja stimmt dann kann man sie noch drehen wie kann man das denn abbrechen? a mit b ich hab die ganze zeit diesen holzdingens vor der flöte gehabt irgendwie kann ich mich jetzt kaum noch flöte ja hatte grad nen Bug da ist noch einer ja er kommt zu dir Josi ist auch ein Kerl deswegen will er zu dir mhm Josi ist auch ein Kerl in jedem Spiel mach ihn nicht mehr gut den Vogel ich will die Vögel da ist noch ne Feder ja er krächt sogar er ist im Baum und zwar über Kopfhöhe geil er ist im Baum? ja er ist gestorben und mit dem letzten Todessprung in den Baum reingepackt ach nice oh ein Leguan haha ui tooooll ne Saad für mich ja ich hab grad das Feuer angezündet aber es ist nie angegangen jetzt hab ich das fertig gebaut und nicht angezündet ne es war ja noch ähm fertig kommt ihr mir noch helfen die letzten 5 Stämme reintragen bitte ich muss kurz noch hier was ausleeren damit ich hab kann man auch gleich ich muss nur noch was wichtiges anbauen mhm Marihuana ho 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 so schließen wir unsere Tore dann ist ja süß mit dem wir noch helfen die letzten Baumstämme rein zu fahren wirst du denn ich seh ich gar nicht bitte na da wo wir die ganze Zeit Holz fällen im Wald guck mal Marius bringst du uns sogar her wie nett ja wohin eigentlich erstmal in den Baumstammhalter da kommst du nie rein süßer ok du kommst rein ach die Tür trotzdem ich hol mal den anderen Wagen noch rein der mit Holzstämmen beladen ist aber nur vier also nichts man wird's Holz im Überfluss ja man hat nie Holz im Überfluss hier fällt es nie lange oh Gott es ist schon so dunkel dunkel wie im Arsch ich find gar nicht mehr in die Tür rein so ich mach jetzt hier erstmal die Tür zu ey ich bin noch draußen ja ich bin noch draußen schade Marius ich hab nur die andere Tür hier zugemacht wie Marius gerade versucht hat über den Zaun zu springen und es nicht geschafft hat ich hab's genau gesehen hier ist noch ein Tor offen ich wette wir haben irgendwo vergessen eine Tür zuzumachen ja dann lass uns doch mal einmal abgehen ich geh grad schon ab ich geh auch ab uff die Vorlage war einfach zu gut wir gehen abwarten wenn ihr mit uns kommt so hier fehlt mir auf jeden Fall noch Licht ja ich mach hier auch erstmal ne Fackel an Licht ich bin dafür wir hängen überall die Köpfe auf weil die muss man nicht per Hand anzünden die gehen automatisch an was ich hab hier kein Baumzeug mehr ach du scheiße kann mal jemand hier die Laternen fertig bauen bei der ich rausgehe ja wir haben hier körbeweise die Sticks so wie nee Baumharz ja aber kann ich machen ach wo ist das Ding hier wo ich stehe ah da die auf unserer wunderschönen Aussichtsplattform die jetzt keine Aussichtsplattform mehr ist aber wir könnten sie in die Hochzeitkapelle verwenden wenn wir alle Kerle zusammen heiraten meinst du? ja sexy wo finde ich denn die totkopf äh Standfackel die ihr gerade aufgebaut habt äh sag ich dir habs unter Dekorations habs ist es ist mehr als eine Dekoration oh jetzt habe ich hier wieder das Ding in der Mitte oh nee man kann es ja man kann man kann blittes dauert das strain ihn so ein scheiß ein typ Summit wird das an die Wand bringen ja geil pass auf ah shredss da Decorations darks Untertitelung des ZDF, 2020